Jedes System oder genauer gesagt jedes Objekt in diesem System durchläuft während seiner Lebenszeit verschiedene Zustände. Wir nutzen das Zustandsdiagramm, um festzulegen, in welchen möglichen Zuständen sich welches Objekt befinden kann. Auch wird das Zustandsdiagramm genutzt, um zu beschreiben, welche Ereignisse den Wechsel von einem Zustand in einen anderen Zustand ermöglichen. Ein weiterer Aspekt im Zustandsdiagramm ist es, das erwartete Verhalten von einem Objekt in einem bestimmten Zustand festzulegen. Am besten, wir sehen uns dies einmal im Überblick an. Das Zustandsdiagramm wird oft auch als Zustandsautomat oder Zustandsmaschine bezeichnet. Jedenfalls modelliert das Zustandsdiagramm die möglichen Folgen von Zuständen eines Modellelements. In der Objektorientierung handelt es sich dabei meistens um alle Objekte einer bestimmten Klasse. Daher weisen wir das Zustandsdiagramm üblicherweise auch einer bestimmten Klasse zu. Somit können wir dann den Lebenszyklus der Objekte dieser Klasse modellieren. Das bedeutet vom Erzeugen eines Objekts bis zum Löschen dieses Objekts. Ich muss aber nicht immer den kompletten Lebenszyklus modellieren, ich könnte auch hergehen und nur die Zustände während einer Operation oder einer Interaktion modellieren. Ich modelliere dabei die Zustände, in denen sich die Objekte befinden können. Zum Beispiel eine Lampe kann sich im Zustand ein oder aus befinden. Dann modelliere ich die Zustandsübergänge, wie beispielsweise von ein nach aus oder umgekehrt. Ich modelliere die Ereignisse, die diese Zustandsübergänge auslösen, wie beispielsweise das Drücken eines Knopfes. Und letztendlich modelliere ich noch die Aktivitäten, die in den Zuständen oder während der Zustandsübergänge ausgeführt werden, wie beispielsweise pfeifen oder klatschen. Bereits vorhin habe ich kurz Bezug zu einer Lampe als ein mögliches Objekt genommen. Sehen wir uns nun diese Lampe ein bisschen genauer an. Eine Lampe hat zwei Zustände. Sie ist eingeschaltet und leuchtet oder sie ist ausgeschaltet. Durch einen Knopfdruck komme ich entweder von ein nach aus oder von aus nach ein. Zusätzlich wollen wir festlegen, dass wenn die Lampe ausgeschaltet ist und es damit dunkel ist, dass das Auditorium pfeift. Sobald die Lampe wieder angeht, klatscht das Auditorium kurz. Ich werde jedes Drücken des Knopfes mit einem kurzen Achtung begleiten. Achtung! 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 Sehen wir uns nun das zugehörige Zustandsdiagramm der Lampe an. Wir haben festgelegt, eine Lampe kann sich in zwei Zuständen, in ein oder in aus, befinden. Diese beiden Zustände werden als eigene Kästchen im Zustandsdiagramm modelliert. Der Zustandsübergang von einem Zustand in den anderen wird als Pfeil dargestellt. Und das Ereignis, das den Zustandsübergang auslöst, nämlich der Knopfdruck, wird über den Pfeil geschrieben. Entscheidend ist, dass ich aufgrund des Ereignisses noch nicht feststellen kann, in welchem Zustand ich mich danach befinde. Ich weiß nicht, ob ich nach Drücken des Knopfes in ein oder in aus bin. Das kann ich nur feststellen, wenn ich weiß, in welchem Zustand ich mich befunden habe, beim Drücken des Knopfes. War es hell, so gelange ich danach in den dunklen Zustand aus. War es dunkel, gelange ich danach in den hellen Zustand ein. Das heißt, um festzustellen, in welchem Zustand ich mich befinde, muss ich den aktuellen Zustand wissen und die möglichen Ereignisse. Und dann kann ich feststellen, in welchem Zustand ich im System danach bin. Wichtig ist auch, dass es unerheblich ist, wie ich in einen Zustand gekommen bin. Das heißt, ich kann frühere Zustandsfolgen immer vergessen. Ich muss nur wissen, wo ich derzeit bin. Bin ich derzeit in aus, ist es egal, wo ich davor war. Bei Drücken des Knopfes komme ich dann immer wieder in ein. Zusätzlich zu den Zuständen und deren Übergängen können wir auch noch Aktivitäten modellieren, die passieren. Während die Lampe aus war, hat das Auditorium permanent gepfiffen. Das heißt, wir haben festgelegt, dass Pfeifen während aus durchgeführt wird. Und das Ganze auch noch permanent. Und daher sage ich, du pfeifen im Zustand aus. Zusätzlich habe ich das Auditorium immer kurz klatschen gehört, sobald ich im Zustand ein war. Das heißt, beim Eintreten in den Zustand ein wird kurz geklatscht. Ich habe das Drücken des Knopfes mit einem kurzen Achtung begleitet. Das Aussprechen von Achtung kann ich daher auch beim Zustandsübergang modellieren. An diesem einfachen Beispiel haben wir jetzt alles Wesentliche vom Zustandsdiagramm schon gesehen. Nämlich Zustände, Zustandsübergänge und Aktivitäten, die ausgeführt werden. Sehen wir uns ein zweites einfaches Beispiel an, bei dem wir aber jetzt schon näher an der Programmierung sind. Wir haben ja vorher gesagt, dass wir die Zustände von Objekten einer Klasse modellieren wollen. Und hier haben wir nun die Klasse eines Hörsaals, die Klasse Lecture Hall. Lecture Hall hat hier ein Attribut, nämlich Free, das ist ein Boolean, das angibt, ob der Hörsaal frei ist oder nicht. Und wir haben zusätzlich zwei Operationen. Die Operation Occupy, mit Hilfe derer wir einen Hörsaal belegen können. Und die Operation Release, wo wir den Hörsaal wieder freigeben können. Wenn wir uns jetzt oben das Zustandsdiagramm ansehen, haben wir die beiden Zustände. Den ersten, wo das Boolean-Attribut Free auf True gesetzt ist und der Hörsaal frei ist. Wo der zweite, wo Free auf False gesetzt ist und der Hörsaal dementsprechend belegt ist. Und die Zustandsübergänge werden jetzt nicht ausgelöst durch einen Knopfdruck, sondern durch das Durchführen einer Operation. Im ersten Falle von frei nach belegt quasi, gelange ich durch das Durchführen von Occupy. Und von einem belegten Hörsaal zu einem freien Hörsaal komme ich durch das Durchführen der Operation Release. Es folgt ein weiteres Beispiel eines Zustandsdiagramms. Es handelt sich hierbei um eine Digitaluhr. Das Beispiel ist zwar jetzt schon ein bisschen umfangreich, aber immer noch sehr einfach. Wir sehen hier rechts oben die Digitaluhr. Wir können erkennen, dass die Digitaluhr in der Lage ist, Stunden und Minuten anzuzeigen. Die Implementierung dieser Digitaluhr mittels der Klasse Digital Clock hat ebenfalls zwei Attribute, nämlich Minuten und Stunden. Diese beiden Attribute sind private Attribute. Das heißt, ich kann nur mit Hilfe der Public-Operationen darauf zugreifen. Die Uhr hat zwei Knöpfe, nämlich einen Knopf Set, mit Hilfe derer es mir prinzipiell gelingen soll, in einen Zustand zu wechseln, sodass ich die Stunden oder die Minuten stellen kann. Einen zweiten Knopf, Inkrement, mit dem ich dann, als ich mich im entsprechenden Modus befinde, die Stundenzahl bzw. die Minutenzahl erhöhen kann. Was anderes kann ich mit dieser Digitaluhr gar nicht machen, als diese beiden Knöpfe zu drücken. Äquivalent gesehen haben wir daher in der Implementierung der Klasse zwei Operationen, die genau diesen Knöpfen entsprechen. Nämlich eine Operation Set und eine Operation für Inkrement. Wie funktioniert nun unsere Digitaluhr? Prinzipiell haben wir drei Modi, die aus Zuständen ausgedrückt werden. Nämlich einen Zustand, wo ich einfach die Zeit anzeige, Showtime. Einen Zustand, wo ich die Stunden einstellen kann, Set Hours. Und einen Zustand, wo ich die Minuten einstellen kann, Set Minutes. Wenn ich jetzt den Set-Knopf drücke, wechsle ich immer von einem Zustand in den anderen. Das heißt, von Showtime, wenn ich drücke Set, komme ich in Set Hours. Drücke ich wieder Set, komme ich in Set Minutes. Und wenn ich dann noch einmal Set drücke, dann komme ich wieder zurück zu Showtime. Jedes Mal, wenn ich in einen Zustand komme, wo die Stunden oder die Minuten gestellt werden, macht es einen Dieb bei unserer Uhr. Prinzipiell zeigen wir in jedem Zustand einmal die Zeit an. Hier die gesamte Zeit. Hier bei Set Hours nur die Stunden. Bei Set Minutes zeigen wir nur die Minuten an. Wenn ich mich in Set Hours befinde und ich drücke den Inkrement-Knopf, so habe ich hier eine Transition von Set Hours zu sich selbst. Das heißt, eigentlich verbleibe ich im selben Zustand, führe aber die Aktivität aus, wo ich die Stundenanzahl um 1 erhöhe. Habe ich hier eine Modulo 24-Operation noch, damit ich nicht ins Unendliche laufend, sozusagen dann nach 24 Stunden wieder bei 1 beginne. Set Minutes ist mehr oder weniger ähnlich implementiert, nur wird hier natürlich beim Drücken des Inkrement-Knopfes nicht die Stundenzahl, sondern die Minutenzahl erhöht. Und da ist die Modulo-Operation natürlich nicht 24, sondern 60. Wir müssen bei unserem Zustandsdiagramm auch irgendwo starten. Das legen wir mit diesem Startknoten hier fest und sagen, wir wollen starten, indem wir die Stunden einstellen. Und wir erzeugen hier eine neue Digitaluhr, initialisieren zuerst einmal die Minutenanzahl und die Stundenanzahl mit 0 und gehen sofort in den Zustand, wo wir die Stunden setzen. Vielleicht noch interessant bei diesem Beispiel. Was passiert, wenn ich mich im Zustand Showtime befinde und ich drücke den Inkrement-Knopf? Die Antwort ist, es passiert überhaupt nichts, weil Showtime nirgendwo eine ausgehende Transition oder eine innere Transition zur Verfügung stellt, wo etwas bei Inkrement passieren soll. Das heißt, so ein Event geht verloren. Ich drücke auf Ink, nichts passiert und es passiert auch nicht irgendwann später einmal etwas. Das heißt, solche Events können auch verloren gehen. So weit zu den motivierenden Beispielen, um aufzuzeigen, was man mit dem Zustandsdiagramm modellieren kann. Jetzt wollen wir uns aber natürlich das Zustandsdiagramm näher ansehen und es liegt nahe, mit dem Zustand im nächsten Abschnitt zu starten.